und hallo meine hübschen herzlich willkommen hier zu einer neuen runde the calling mit alderman und mit dem kraxel ja der kraxel der ist nicht am besten sag mal warum steht eigentlich mal so eine frage vielleicht weißt du das spiel heißt the calling aber die der task dazu heißt victory weiß man warum ne weiß ich nicht du bist so ungebildet die kllingen victory oder was nicht verstanden das man schon steht direkt nur weg dem so was haben wir denn da hinten ist gebäude hier ist gebäude oh nein bei mir ist einer hier glaube ich okay ich komme zu dir ich komme zu dir aber ich versuche ihn zu töten nein wir wissen alle durch die letzten folgen dass das nicht gut ausgeht hier sind aber noch alle ich kann nur sein dass hier einer ist weiß das ist ja nicht wir werden alle sterben was ist nun mal ich habe das ne explosive ranz ist so kommt schon öffne dich zusammen öffne dich oh ja krafted blowgun yes sehr gut logan ist auch toll nice das ist so ein schönes ach ja kommst du zu mir das wäre pusterohr ja so ein menschenarm lecker okay nein nein hier ist auch nichts drin auch nicht nein ich glaube ich schon mal ein messer immerhin besser als die letzten folgen bei mir ist einer ja bei mir auch der vermöbelt mich gerade und der muss kurz weil ich mit meinem blaserohr getroffen habe den kleinen bob hat er schon so ein hammer hat er hat mich konzentrieren das jetzt hier hinter der tür das ist ja gut der hat ein hatchet scheiße wow ich trottel nein ich bin ja auch gerade ich bin perfekt ich werde genagelt endlich im leben werde ich genagelt ne das bist du gar nicht oder doch oder du bist gerade am kämpfen jetzt bist du gar nicht ja bin ich bin ich doch das bist du ja ich bin der hier mit 1 hp und tot ah du hast ihn fast geschafft aber das ding ist der schlägt blockt und ich hau dann immer auf seinen scheiß block und ich komme nicht richtig in die ruhe rein ey scheiße backpacker und leck der hat der hast du gesehen wie viel leben der hatte das hätte mich mal interessiert ey was wie viel leben der hatte der hatte nur noch 20 prozent ah ok scheiße ich hab dir folgt mein blaserohr getroffen hat er dann gekotzt ja hat er einmal auch mitten im nahkampf glaube ich ja genau das ist ja ok in weit geht out ok ich gehe schon mal auf suche in der zeit ziehe ich mich mal anständig an hier ja gut so hat auch das geil mann evi deprimierend gar nicht gut so fresh aus so body erstmal schönen schönen süßen anziehen das sieht das frisch aus hey ja sehr gut slacks jeans motocycle so ist ok ach geil 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 ok head body hoodie oder nur ein ok wir müssen hoffentlich gibt es bei uns auch so eine lernkurve ja das in den späteren folgen wir ja vielleicht doch besser werden ja ich gehe von auge das sind in den folgen wir haben nicht einmal zwischen den folgen jetzt alleine geübt ja also ihr seht unsere lernkurve mit steigen hoffentlich wir werden sehen genau aber ich bin ganz optimistisch also bis jetzt denke ich krimaschinen ja ok auf jeden fall war das ein problem beim nahkampf ich habe nicht einmal getroffen nicht einmal er hat immer genau das vorhergesehen was ich vor hatte die schlagen immer blocken an sofort wenn die einmal getroffen haben aber man weiß man will zurückschlagen also wenn man getroffen wurde muss man eigentlich auf schubsen gehen weil die niemals zwei miteinander schlagen was ist denn schubsen also welche zu müssen also sobald du getroffen wird wirst darfst du nicht blocken sondern du musst entweder außer reichweite gehen oder kudrücken um ihn zu schubsen ja weil die schlagen blocken schlagen blocken und sobald die dich getroffen haben ne quatsch die schlüptern dich und schubsen dann weil die genau wissen du versuchst danach zu blocken so irgendwie das ist ganz komisch ich kann nicht kommen durcheinander es ist so komisch ich merk's ich merk's so sammle dich doch erst mal mein jugend ich habe am mountain blade gespielt da gab es ja blocken und verschiedene angriffsrichtungen das war aber bei weitem einfacher als das hier habe ich noch nie gespielt obwohl es komplexer ist ich habe es drei jahre intensiv gezockt also der beste nahkampf eigentlich das beste nahkampf system was ich jemals im spiel gesehen habe bis jetzt okay das vier verschiedene angriffsattacken im nahkampf halt oben unten links rechts muss mit der maus immer handhaben und natürlich rechts klickt dann auch die jeweilige richtung blocken du musst sehen von wo der schlägt in sekunden millisekunden um dann in diese richtung zu blocken okay ja richtig gut richtig gut so es geht los was average rating time ja bei mir geht es los bei mir steht es auf mir bei mir bei mir machte noch lustige sachen also okay das wird jetzt unsere runde mein freund das wird unsere runde unsere runde genau eine runde unsere runde weißt du wie so ein vieh aus einem käfig ja das ist ein vieh aus einem käfig jetzt brauche ich doch steine direkt zum nächsten punkt laufen oh ich bin bei der satelliten schüssel ja ich guck mal ganz gut drin 230 meter es geht eigentlich sogar also bis gar nicht so weit weg von mir okay ich habe die kiste gefunden was ist drin ein explodest eine mine ist drinnen da verziehen wir doch einfach mal nicht die mine bei mir ist einer ich werde zu dir kommen und wenn es sein muss werde ich dich rächen ich habe einen komponenbau gefunden okay oh mein gott jetzt brauche ich noch eine nachkampfwaffe ich habe einen dicken knüppel wird zu denen habe ich jetzt nicht töten er ist ja oben irgendwo ich komme auch direkt gleich zu dir also ich habe bloß erst mal einen bogen gemacht dann habe ich die explosive bei mir kommen wir mit einsetzen so ok jetzt bin ich auf dem weg zu dir ich hoffe mal dass ich hier niemanden über dem weg laufe er rennt weg er rennt weg ich hau ab ich hau ab ja komm zu mir mein freund kommt zu mir ich hau ab ich laufe entgegen super bogen also besser kann es nicht laufen wo hast du ihn gefunden den konnte ich bauen in so einer kiste aber das ist neu normalerweise mit paar wolke waschen normalerweise zumal das ist wie so ein tick normalerweise liegt er da drin aber ich muss den bauen und ein paar pfeile holen der ist da an der satelliten schüsselstation die können wir irgendwie töten ja wir müssen es tun ja einfach aus ne bin ich dabei 16 pfeile los geht da oben an dem eingang von denen ist sondern so eine gaskammer können wir erst mal zünden ja genau raus oder ist ja es gibt ja nicht getroffen er kommt näher da sind zwei von hinten kommt auch einer muss laufen ich habe nämlich keine nahkampfwaffe das ist das war mein ende was kommt kommt zu mir kommt zu mir ich kann ich kann ich kann ich habe keine ausdauer mehr ist was für mich blocke nur noch ja komm lauf einfach rückwärts ich habe hier eine fette explosiv ich kann ich die die steht das ist eine pfeile aber das gibt's doch nicht alter ich raste aus nein das will doch niemand der eine muss fast tot sein der ist schon und nein war das deine eigene explosiv ja aber da hat er drauf geschossen der penis scheiße der andere läuft weg weil er fast tot ich habe ihn dreimal mit dem kompon getroffen liegt ja noch bei dir ne ne das abgehauen oder den kompon scheiße hatten nee den hat er aufgesammelt direkt ist natürlich die beste waffe ne vorgestellt er schießt damit auch ja kommt schon oh nein er hat sich voll geheilt scheiße ehrlich er macht sich mit feusten tun er wird press knuckles okay das war noch ein schlag rein ne du hast dich geheilt sehr gut glaubst du den hat sich geheilt da kommt er dazu hat er mir von hinten einen mitgegeben der dreck sagt ey ah kann er den fahrer so eine kurze runde hier scheiße oh man ey wir sind so kacke wir haben nicht einen getötet nicht einen ich habe auch keine nahkampfwaffe gefunden ich hatte nur den bogen ja bei mir sind die pfeile dann ausgegangen das das problem wir müssen eigentlich wenn man den sieht schießen aber der eine kam von hinten das hat uns hat total aus der scheiße keine ausreden mehr nein mal aber doch man muss das erklären können was man dafür scheiße verbockt hat ja der kam einfach scheiße man noch ein oder ja komm eine geht noch kommen jetzt das war jetzt schon ziemlich erbärmlich wir können sich aufhören eine geht noch eine geht noch eine geht noch ein ist aber statt das toget zusammen bei mir wird das kürzer sein die ganze gilt raus hätten da aufgenommen bei mir wären es wahrscheinlich vier minuten werden speut Distriken werden wenn überhaupt nur gewonnen hat tomar south af philosophers headshots von容易abbats kill bonus damage okay nur treffens8 könnte ich habe fast jedem schuss getroffen also sowas nicht aber okay mit Fäusten machst du nicht viel im Nahkampf. Scheiße, ey. Unbelievable. Okay. The Kulling. Mann, ey, da hab ich mal einen Bogen. Ja, ne, hatten wir echt mal das Glück, um so ein schönes Bogen zu ergattern, oder dann verreißt du es auch noch. Ach, alde mal, alde mal, alde mal. Das letzte Mal hatte ich auch so gerne eine Nahkampfwaffe ab, so war ich nicht geschafft, ihn einmal zu treffen. Das ist das Tolle, wenn man zu zweit kämpft. Und da funktioniert, wenn man immer das Ziel wechselt, dann können die sich nämlich nicht richtig verteidigen. Das ist ganz gut. Immer diese Taktikbesprechungen und so, wie man es am besten macht, und dann... Macht man es doch nicht so. ...direkt tot. Ah, es geht los. Er hat eins gefunden, nice. Versuch Nummer drei. Let's win this shit. Ja, das wird jetzt unsere legendäre Runde. Ich denke auch, also legendärer wird es sich werden. Wir hatten nur Pech, ja. Das war purer Pech. Ja. Pures, Entschuldigung. Purer Pech. Pures Pech halt. Purer Pech. Ist eine Marke von Pech-Sorten. Purer Pech. Jetzt im Angebot für Alde mal und Kraxel. Ja, purer Pech und... Und jetzt neu. Verdammt viel Pech. Purer Pech, extrem plus. Kraxel-Style. Äh, und Alde mal. Entschuldigung, ich will das ja nicht. Für alle, die vom Pech noch nicht genug bekommen haben. Ja. Okay. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Pech ist für alle da. Die unspannendsten Folgen jetzt. Na, ich hab schon mal direkt einen Bogen. Ist das nicht schön? Einen normalen Bogen oder... Ja, einen normalen Bogen. Was denkst du denn? Meinst du, ich bin hier so special, da ich gleich so einen Ultra-Bogen habe? Mach ich eine Head-Shit? Ich mach eine Head-Shit. Ach, du bist ja schon fast bei mir. Ja, oh. Ey, wir sind ja schon quasi ineinander drin. Also, so. Ja, genau so. Haben wir irgendwo noch ein Gebäude? Wo unten oder oben? Ich würd sagen, hochgehen, oder? Ne, ich glaub, da ist das Schild. Ich weiß es nicht, wir gehen hier hoch. Ich würd auch sagen, weil da... Wir müssen uns nach der Mitte orientieren. Hoch ist immer gut. Ja, da ist die Mitte. Ja, gut. Von der Mitte zur... Entschuldigung. Ah, hier sind wir gestorben. Hier waren die Bogenschütz-Narschlöcher. Dann ist hier oben das Kanal-Gebäude. Du hast die Koordination, wo gibt's denn sowas? Das ist sogar... Ich wollte grad sagen, super gut, aber ich glaube, ich kann mich auch vertun. Nee. Warte mal, da müsste das... Da ist es doch. Oh, das hier... Bäh. Okay. Na gut, na gut, na gut. Okay, heben. Können auch einfach ganz viele Echse bauen, die werfen. Aber treffen mit sowas ist immer schwer. So, ich muss ein bisschen langsamer gehen, ich bin aus der Puste. Ja, mach mal. Funk? Funk? Ja, hier ist auch Funky, Funky. Funk! Da. Wir haben noch nicht einen getötet. Ja, das müssen wir auf jeden Fall mal ändern, ne? Man gibt das Ding eigentlich auch, äh... Manages? Drei Funkys? Mal gucken. Du kannst ja auch einfach Stöcke und sie verkaufen. Ja, ja, aber gibt's... Doch, Tatsache, ich gibt, äh, auf Stöcke und so... Oh, ich hab ein Rohr gefunden. Nice. Kannst du mal dein Ohr schenken? Leit mir euer Ohr. Hier ist noch, äh, ich hab jetzt mal hier Drogen hingelegt. Okay. Das ist, äh, Stamina-Dingens. Ist noch ein Rohr hier in der Kiste. Komm mal hier rein, du musst mal hier ein bisschen looten. Ja, ich bin da dann verkaufen. Ich leg jetzt alles an die Kiste, ne? In der Kiste und vor der Kiste liegt Zeug. Okay. Lötst du hier rum? Ah ja. Nee, hast du... Warum? Ja doch, alles gut. Doch, das warst du. Hör auf mich anzulügen. Nein, hab ich nicht. Oh. Da ist hier irgendwo einer. Oh, ist das schön hier. Das ist aber neu. Ich sag's aber nicht. Ich reiß dich zusammen mit Boboll gewaschen. Oh, ist das schlimm. Das ist mein Wester. Ja. Fick, ey. Wie LeBihozant. Ja, genau so. Ah, hier war ich noch nie. Toll. Schöne Gegend. Hast du es gefunden, was ich hingelegt habe? Nein. Oh, ein Steelpipe. Wie geil ist das denn? Ich zieh zum Zuschlag. Und vor der Kiste liegt so ein Schub. So ein Drogendingen. Ja, so ein Abisch. Nicer Scheiß. Nicer Scheiß. So, wir können weitergehen. Hast du hier schon alles gelootet, oder? Ja, alles durch. Okay. Nur Müll. Aber ich könnte mir hier... Ich könnte mir hier meine Kiste zusammen kaufen, sozusagen. Deine Kiste? Oh, warte mal. Oh mein Gott, du bist... Sag doch, dass du unten raus gehst. Du unten raus. Ich höre einen links von mir. Ja. Ich habe 65. Ich brauche nochmal irgendwie das Doppelte. Wollen wir losgehen? Da oben ist er. In der Richtung. Er ist oben. Er schießt auf mich. Dann gehen wir wieder rein. Gehen wir wieder rein. Was? Ernsthaft? Der ist da oben. Ja, wir gehen wieder rein. Willst du ihn holen? Ja, nein. Wir gehen einfach rein. Also, die sind zu zweit. Die sind zu zweit. Oh mein Gott. Tür zu. Komm, wir gehen... Nee, wir bleiben hier. Ich glaube, wir laufen dir genau in die Arme. Wir müssen in engen Räumigkeiten bleiben. Ja, ja. Ich habe Pepperspray. Ich laufe jetzt in die Reihen. Die sind über uns. Ja. Die wollen auf den Balkon springen. Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich habe Angst. Ja, das ist das ganze Aufregend. Wir müssen kämpfen. Es ist so aufregend. Ich renne gleich in die Reihen und blende die. Okay, und ich haue mit meiner Pipe rein. Bleib hinter der Tür stehen. Guck mal, wir können hier eine große Pipe bauen. Die haben, glaube ich, nur Böden. Was bauen die da? Ach, die scannen uns gerade. Die wissen, dass wir hier sind. Ja, ja. Wir kommen jetzt bestimmt nicht da hoch. Ihr Lappen, ey. Das Ding ist, wenn wir jetzt wieder unten rauslaufen, werden wir beschossen. Also, wir müssen hier bleiben. Ja, aber wir können auch flüchten. Ich höre ihn scannen. Ja, meinst du wirklich? Ja. Ich meine, wir müssen kämpfen. Okay, dann flüchten wir. Scheiß drauf. Wir können auch hier unten lang flüchten. Hier einfach. Ja, okay. Ich sehe schon. Nicht lang schnaggeln. Ja, ich sehe das schon. Ich sehe das schon. Können wir um den Felden rumlaufen. Okay. So eine schöne Gaswolke wäre jetzt toll. Ich sage, wir hätten da keine Gasdingen oder so. Ja, genau. Hätten wir eine schöne Ausräuchung können. Wir laufen noch ein bisschen. Ich brauche noch einen Bogen. Ja, ich habe einen. Geht's aber nicht. Die Hatchet hier wegwerfen. Eigentlich nicht. Ich habe hier noch einen Slot frei. Sag mal, ich brauche einen Knife. Nee. Erstmal Stein, Stein. Dann, ähm... Ich habe schon, ich habe schon. Okay. Ich hatte noch eine Hatchet gebaut am Anfang extra. Okay. Da wollen wir zu dem Gebäude mal gehen. Ja. In der Tat. Also, wenn wir gleich einen sehen, dann... ...laufen wir weg. Einer schießt. Läuft weg, während der andere wieder anlegen kann zu schießen. Weißt du, wir machen so eine... Ja. So ein Etappenschießen halt. Ich weiß, was du meinst. Hier ist alles leer. Okay. Gehen wir mal hier raus. Ich höre... Schraub, schraub, ja. Pinata ist das. Was heißt? One crate will fly above the counter. Wir müssen da drauf schießen. Dann fällt die runter. Das muss ein paar Pfeile machen. Komm, lass mal machen in der Mitte. Ja. Pinata. Probieren können wir es auf jeden Fall. Einfach drauf schießen. Ja! Ja, gut. Ist es runtergefallen oder drauf? Ja, ist es runtergefallen. Glaube ich. Gehen wir mal Deckung? Ja. Wir kriegen Besuch. Ich höre welche, ich höre welche. Nimm das Cliva, nimm das Cliva. Stell hier drauf. Schnell, weiter. Wir müssen Distanz gewinnen. Wo bist du? Ich war nochmal hoch. Ich habe ein Messer. Ich habe eine Machete. Da sind sie. Diese nicht. Komm, weg da, weg da hinter dir. Okay, okay, okay. Wow! Ja, das ist nie mit dem Kompon. Boah, sie. Du bist verletzt, komm weg hier. Ja. Ich laufe erst mal. Du bist am Bluten, ja. Lauf hinter den Stein hier rechts rum und dann heile ich dich. Oder ich gebe dir das. Hier liegt es. Hier. Wo? Okay, ich mache. Die verfolgen uns immer noch. Ne, ne, die sind da in der Mitte. Ach, du bist das. Okay. Treffer! Nice. Mach du von links. Treffer! Ja. Blutet er zu sehr wahrscheinlich. Ne, jetzt will er nicht mehr raus. Ne, sie wollen schon mal trocken. Ich muss mir neue Pfeile holen. Ja, ich halte die Stellung. Ich habe noch fünf Pfeile. Boah, ich brauche bloß um 25 Funk. Dann kann ich mir mein Kit holen. Mein AirDrop. Oh, geil. Ich brauche nur noch 20 oder 23. Okay. Hau doch einfach auf den Baum drauf. Ah, jo, stimmt. Boah, ich habe eine schöne Cleaver, ey. Wie egal. Mach direkt zwei, drei, es ist da, damit ich mir auch ein paar machen kann. Ich glaube, die haben auch nur billig Bögen. Sonst hätten die jetzt mehr gegen uns gekriegt. Ja, sonst hätten die uns doch richtig weggebämpst. Okay. Da klaut ihr mir mein Holz. Was ist da los? Los. Ne, hau mit deinem Rohr drauf. Geh besser. Ich glaube, die sind weggelaufen. Hast du die, die, den Klieber hast du noch, ne? Ja, ja, klar. Ja, sehr gut. Habe ich mir kassiert. Okay, wollen wir weiterlaufen oder hierbleiben? Äh, gute Frage. Entscheide du. Hast du dich geheilt? Hast du noch volles Leben? Äh, 74 bin ich gerade. Der muss doch, hier habe ich doch hier hingeworfen. Ne, da lag nichts. Da lag nichts. Hier, hier. Da. Achso. Hier, da. Ah, danke. Mensch, ich brauche halt etwas länger. Da. Ja, Mann. Waren wir da schon in Gebäude drin? Waren wir schon in der Pumpe? Ne, da waren wir noch nicht drin. Ne, waren wir noch nicht. Kommen wir mal gucken. Vor der Tür ist sogar direkt die Gaskammer. Weißt du? Äh, wir könnten mal ein paar, äh, Fallen jetzt bauen. Das ist ja nicht ganz gut. Ja. Stimmt. Obwohl ich auf den besseren Bogen warten wollte. Ist hier nichts zu verkaufen oder so? Ne, ist nichts drin. Scheiße. Hier brauchen wir noch schon. Ich könnte meinen Pfefferspray verkaufen, aber... Naja, behalte das erst mal. Nachher fürs, äh... Bring 20. Ich könnte damit dann schon fast den... Okay. Komm, ich mach das lieber. Ne, halt, wenn ich... Das Problem ist, dann muss erst mal der Hubschrauber kommen. Weißt du? Und dann sehen die mich. Pfefferspray. Ich hab auch Pfefferspray. Ja gut, behalten wir das lieber. Für Notfall ist das, glaub ich, super. Ja, ich denke auch. Gerade, äh, wenn wir... Ja, wenn wir ein paar Spaten sind mit Bögen, weißt du? Einfach reinrennen. Ja, ich glaube, wenn die einen Bogen haben, du schlägst und einmal verliert er den Bogen. Deswegen. Okay. Ist eigentlich ganz... So oder so ganz gut. Ja, ich bin raus. Ich guck gerade, aber... Wir sind hier nicht mehr. Wir kommen, wir gehen auch mal zum, äh, zur Kanalisation, obwohl da die Tür auf ist. Das ist auch noch ein Gebäude. Das ist der Flughafen, glaub ich. Mhm. Aber jetzt bestimmt... Ja, lass mal gucken, vielleicht Filmwort. Da laufen sie eigentlich immer alle hin. Ja, aber lass mal gucken. Aber ich könnte da was hinbeordern. Das könnte schon gehen. Hinbeordern. Denken sind die Türen zu. Das... Nee, oder sind die auf? Ich geh mal von links rum. Oh, mein Wecker. Was ist denn jetzt los? Was war das? Einmal Profi. Einmal Profi sein. Denken ist die Kiste auch auf. Äh, zu. Hinten am Ende der Startbahn. Okay. Gehst du da hin? Ich mach hier die Räume auf. Nichts. Hier ist er. Ein paar schöne Körperteile hier. Sehr schön. Nice. Hast du? Wenn wir wieder... Ich hab'n Wurfspeer. Okay. So, hier ist noch ne Kiste. Ja. Sechs bis achtzehn. Acht bis vier. Okay. Ach nee, das ist keine Kiste. Scheiße. Aber können wir ne Explosive mitmachen? Ja, können wir. Ich mach das. Okay. Ich kann die Kiste ordern. Ich glaub, ich mach das jetzt auch. Ich warte auf dich noch gerade. Oh, ich kann auch ordern. Ah, warte mal. Wenn ich jetzt Explosive mache, kann ich sie nicht mehr ordern. Okay, dann machen wir jetzt gerade mal Ordering. Ja. Soll ich zuerst und dann du? Ja, wie machen wir das genau? Ja, wir schießen ja am besten vom Himmel. Das geht am schnellsten. Aber wie rufst du die? Das war die Frage. Wie rufst man die? Also du gehst hier zu dem Landing Pad. Ah jo, ich seh schon alles klar. Ja, hat sich schnell gebrucht. Und dann kommen meistens die Fliegen angeflogen. Aber meistens kommen auch nur Leute, die gut bewaffnet sind. Ja. Der Hubschrauber, da hinten kommt sogar eins, lol. Ein. Boah, ist das gerade wieder voller Schrocken. Sie haben sich verwählt. Sobald einer am Nahkampf gebunden ist, muss man dem helfen. Es sei denn, du bist auf Nahkampf getrimmt. Dann kann einer immer in die Menge schießen. Das kommt auch eigentlich richtig gut. Da. Kommt's. Hinter dem Turm. Hör, guck mal, der Motor ist getroppt. Ja, nice. Da sind zwei. Da sind zwei, ja. Das war meins, die haben das runtergeschossen, oder? Weiß ich nicht. Ja, ich... Nee, warte mal, ich glaub, deiner kommt. Hast du geschossen? Ich glaub schon. Mann, bei mir wurde er geklingelt. Was ist denn hier los? Gibt's doch nicht. Wer läuft? Läuft. Betroffen. Okay, ich hol mein... Ich hol meinen Bogen. Ja. Ich bleib hier ein bisschen... Halt die auf Abstand. Komm nicht dran, scheiße. Warte. Betroffen. Jetzt komm schon. Die schießen. Fall runter. Die haben ne Waffe. Oh mein Gott. Warte. Hier ist ein Drogen drin. Hol sie raus. Da ist noch ein Stamina drin. Okay. Ich hol's mir. Bei mir in der Tür hat's geklingelt. Ich weiß, wer das ist. Scheiß drauf. Wir müssen hier kämpfen. Mambus Prioritäten setzen. Scheiße. Wow. Oh oh. Okay, ich mach laufen. Ich glaub jetzt nicht vorbei. Oh oh. Bin tot. Laber. Was war das? Ich bin explodiert, oder? Alter. Na, das gibt's doch nicht, ey. Jetzt kommen die zu zweit, ey. Scheiße. Ja, klar, natürlich. Einen hab ich erwischt. Oh mein Gott, einer ist tot. Du musst nicht blocken, sondern schubsen drücken. Fuck. Okay, scheiße. Ich bin explodiert, oder? Ja, die haben da explosive Sachen geschmissen, die Drecksecke. Scheiße. Du bist echt gerade an den Vorbeinem und dann... Das war perfekt scheiße. Ah, kacke. Na gut. Okay, wie auch immer. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir uns hier so richtig ein. Zurecht. Ja, genau. Bis dahin. Ciao, Leute. Oh, drei, Leute.